Moin Moin, mein Name ist Arne Stephan. Ich bin Schauspieler und Synchronsprecher, gebürtiger Hamburger und lebe seit vielen Jahren hier in Berlin. Danke. Ich danke euch, Freunde der italienischen Opa. Zehn Jahre ist es her, dass ich mich zum Präsidenten dieser Organisation gewählt habe. Und ich muss selbst sagen, ihr habt die richtige Wahl getroffen. Wie bist du zum Synchron gekommen? Damals über Julia Stöpel tatsächlich. Auch eine tolle Sprecherin und Regisseurin. Und wir wohnen im selben Kiez und wir haben uns kennengelernt und sie machte das die ganze Zeit. Ich fand das ganz spannend, war damals aber mehr beim Fernsehen beschäftigt und hab dann so ein bisschen reingeschnuppert. Und dann, ja, dank ihr relativ schnell den Weg in die Branche gefunden. Ich weiß, dass die erste größere Synchronrolle tatsächlich damals bei Spooks war. Beate Gerlach hat mich da geholt. Die hatte mich nun damals beim Ensemble natürlich angefangen und hatte mich da entdeckt und hat gesagt, den will ich besetzen. Das war die größte Herausforderung. Ich bin, glaube ich, jedes Mal fix und fertig nach Hause gegangen. Das war ein Techniker nun in dieser Kriminalserie, großartige BBC-Serie, der so schnell gesprochen hat, der so viel gesprochen hat, der so technisch gesprochen hat. Und das als eine der ersten großen Synchronrollen war das die größte Herausforderung. Das hat mich wirklich, ja, das hat mir alles abverlangt. Und am Ende bin ich da aber sehr gestärkt rausgegangen, weil ich dachte, okay, das hast du gemeistert und geschafft. Und so die erste größere Serienrolle, mal abgesehen von Menge und Masse? Das war eine Serie tatsächlich damals. Also Spooks war eine Serie. Und es ging dann, ach, es war ja die Ära der großen Vampir-Serien tatsächlich, Wehrwölfe, Vampire, ehrlich gesagt. Ich habe das bis heute alles durcheinander bekommen. Wie nun was war und was ich manchmal war, welcher Vampir, welcher Wehrwolf, warum ich den nicht beißen durfte oder mit der liiert war. Da ging es dann los tatsächlich mit ersten großen Serienrollen. 2019 hast du Mina Massoud als Aladin in Disneys Neuverfilmung gesprochen und gesungen. Wie kam es dazu? Ganz klassisch damals Aladin-Casting und sie haben sich gewünscht, dass ein Sprecher singen und sprechen kann. Ja, also natürlich sprechen können wir alle, aber natürlich, dass er auch irgendwie diesen Gesangspartnern meistert. Dann gab es das Casting und ich komme nun auch vom Musical, habe damals auch Musical studiert. Deswegen bin ich nun auch ausgebildeter Sänger, auch seit vielen Jahren Studiosänger und habe mit ganz viel Glück das Casting gewonnen und habe mich riesig gefreut. Das ist natürlich so ein Kindheitstraum. Einmal irgendwie Disney-Film, auch so ein Klassiker. Aladin ist ja so ein absoluter Klassiker. Und tatsächlich die Lieder zu singen, A Whole New World, also das ist natürlich großartig. Und das war für mich also wie ein Sechser im Lotto und hat mich einfach wahnsinnig gefreut. Es ist interessant, dass Leute das gar nicht so auf dem Schirm haben, also weil das ist häufig so, ach so, das kann er auch, stimmt ja. Also ganz oft werde ich für Gesangssachen geholt und im Nachhinein sagen sie, ja warum sprichst du das denn nicht? Sage ich, naja, weil ihr gepennt habt wahrscheinlich. Ich glaube, dass Aladin da ein Türöffner ist und natürlich gibt es das immer wieder und es spricht sich sowas sehr, sehr schnell rum. Und das ist ja auch schön tatsächlich, wenn dann alles so aus einem Guss ist. Wie waren die Aufnahmen zu Aladin? Also wir haben in München die Gesangsaufnahmen gemacht mit dem Tommy Amper. Toll, tolle Unterstützung. Natürlich ist das dann schon spannend. Du siehst zum ersten Mal natürlich auch die ganzen Sequenzen. Du hörst dann deine Stimme natürlich in diesem großen Orchester-Playback. Und der Tommy hat da wirklich am Ende was ganz, ganz Tolles gezaubert. Ist natürlich dann auch immer spannend. Man steht im Studio und hört dann auch seine Kollegin, die schon eingesungen hat. Und hört natürlich auch, wie hat er es im Original gesungen? Was willst du ihm vielleicht noch mitgeben? Wo kann man vielleicht dann auch was verbessern tatsächlich? Und das haben wir in München aufgenommen, hier in Berlin. Mit dem Axel Malzacher haben wir die Sprache aufgenommen. Haben uns sehr, sehr langsam herangetastet. Wurden natürlich dann immer schneller auch in der Arbeit, weil wir die Rolle fassen konnten. Weil wir den Schauspieler fassen konnten. Und der Axel war eine immense Stütze im Studio. Also das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin da immer ganz glückselig rausgegangen, weil natürlich lernte der Aladdin mehr und mehr sprechen und mit meiner Stimme. Und man hörte sich natürlich dann im Nachhinein auch nochmal Szenen an, die man dann aufgenommen hat. Und auf einmal sprach dieser Mensch in diesem Disney-Universum, in dieser Aladdin-Welt mit meiner Stimme. Und ja, es war ein ganz, ganz großer Spaß und wirkliche Herausforderung. Aber am Ende auch für mich ein großer Erfolg. Wie hat den dafür gefallen? Ich finde ihn super. Ich finde ihn total unterhaltsam. Natürlich gibt es immer wieder Sequenzen, wo man denkt, mhm, mhm, mhm. Aber ich finde gerade die Kombination mit dem Singen tatsächlich, mit den Tanzszenen und mit der ganzen Verbindung von den Schauspielern, finde ich wirklich toll. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Willem Lee? Auch klassisch durch ein Casting für Midsummer Mörders. Damals wollte der Regisseur, hat gesagt, Arne, mach das. Ich war auch der Einzige im Casting, also waren die Chancen gut. Und insofern habe ich mit Midsummer Mörders angefangen, dann andere Serien und Filme. Und dann hatte ich natürlich nachher das Glück, dass der Verleih gesagt hat, Arne spricht den doch immer, also spricht er den auch bei Bohemian Rhapsody. Wie war es, Ihnen Inspektor Barnaby als Charlie Nelson zu sprechen? Fand ich super. Ich finde den Schauspieler gut. Ich finde, der spielt ganz klar. Man sieht ja nicht bei jedem Schauspieler so ganz, was will er irgendwie ausdrücken. Ich finde das auch manchmal schwierig, das dann in den deutschen Texten so rüberzubringen, wenn sie auf unterschiedlichen Ebenen agieren. Also wenn sie versuchen, was anderes zu spielen, als sie vielleicht gerade irgendwie darstellen wollen. Also das ist manchmal kompliziert, dass dann irgendwie diese Doppeldeutigkeit dann auch in die Sprache mit reinzubringen. Aber ich fand ihn bei Inspektor Barnaby sehr, sehr klar und witzig in seiner Art und Weise. Ich finde, man hat auch gemerkt, dass die Schauspieler gut miteinander konnten, weil sich das auch vor der Kamera und in dem Spiel und das, was wir synchronisiert haben, wirklich wiedergespiegelt hat. Ja, also natürlich, ich freue mich bei jedem Schauspieler, den man schon mal gesprochen hat, wenn man den dann in einem anderen Film, einer anderen Serie oder sonst widersprechen darf. Ich finde, das ist das größte Glück, wenn die Aufnahmeleiter oder wenn Verleiher oder Regisseure aufpassen und sagen, den hat er doch immer gesprochen, das ist Arne. Und so war es natürlich dann auch bei Bohemian Rhapsody. Da hat von vornherein der Verleiher gesagt, das macht Arne Stefan, wer hat denn immer gesprochen? Mir war gar nicht bewusst, dass das so ein Riesending natürlich wird. Manchmal kann man das ja nicht einschätzen. Da macht man einen Film, man floppt da, da macht man einen Film und das ist auf einmal ein Riesenerfolg, wo keiner mit gerechnet hat. Und bei Queen finde ich das faszinierend natürlich. Brian May ist natürlich auch, weil er noch lebt und weil er so das Gesicht von Queen auch heute noch ist, war das natürlich so eine Ehrung und ist es bis heute, dass ich darauf angesprochen werde. Und wenn Leute mal fragen, ach so, du machst Synchronia, was hast du denn gemacht? Und dann sagst du, ja, welche Serien guckst du gerade, die und die und die, die Eier spannen. Und man sagt, ja, Bohemian Rhapsody, Eiern habe ich dreimal gesehen. Ja, was warst du da? Ja, ich war der Sprecher, der Brian May die Stimme gegeben hat, also dem Schauspieler. Das glaube ich nicht. Also das ist bis heute absoluter Klassiker. Ganz viele haben den gesehen und ich glaube, das wird ein absoluter Kultfilm. Bist du selbst Queen-Fan? Ich muss ehrlich sagen, ich war nie Queen-Fan. Da bin ich ganz ehrlich. Natürlich habe ich den Film gesehen. Ich finde, der Film ist auch super. Was Freddie Mercury und was Queen geschaffen haben, ist natürlich, es ist outstanding. Also das ist wirklich, das ist Musikgeschichte und daran orientiert sich ganz viel. Das war was ganz Magisches, was sie damals wirklich erreicht haben mit ihrer Musik. Und man sieht das ja bis heute, was da tatsächlich immer noch von genutzt wird, wie die Leute auf diese Musik abgehen. Das ist zeitlos und das waren wirklich, ja, es waren einfach Virtuosen in ihrem Geschäft. Und das, was sie erreicht haben, ist wirklich ja, ich weiß nicht, wie kann man es ausdrücken? Hall of Fame oder was weiß ich was, wo sie überall sind. Das finde ich faszinierend. Was reizt dich an Gwilhelm Lees Spiel? Ich finde, dass er als Brite relativ klar wiedergibt, ehrlich gesagt, was er erreichen will. Also er umspielt nicht Dinge, sondern er spielt sehr direkt. Und das, finde ich, hilft dann auch als Sprecher, weil man relativ schnell weiß, was er will. Aber er spielt auch klein. Also er spielt ganz dezent und ganz ehrlich. Das schätze ich immer sehr, wenn man wirklich auch gleich aus der Sprache raushören kann, in welche Richtung es geht. Und dass das wirklich sehr, sehr ehrlich ist und ein ganz klarer Ton. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Lakif Stanfield? Ich glaube, durch Tobi Müller, ehrlich gesagt. Tobi Müller hat mich auch in einer anderen Serie kennengelernt und hat gesagt, du pass da rauf. Und das ist, glaube ich, der Schauspieler, der mich jetzt am längsten begleitet. Ein super Schauspieler, ein völlig verrückter Schauspieler tatsächlich, der so verrückte Sachen macht. In all den Serien, in all den Filmen ist er so unterschiedlich. Und trotzdem gibt es so einen roten Faden, der sich immer durch sein Spiel zieht. Und ich freue mich einfach immer wahnsinnig, wenn irgendwie ein neuer Film kommt oder wenn jemand sagt, ich habe da jemanden, den hast du schon mal gesprochen. Und der hat auch so einen ganz speziellen Duktus. Ganz oft weiß man auch nicht, ist er so wirklich klar am Set oder haben sie nicht nur im Film was geraucht, ehrlich gesagt. Gerade so in diesen ganzen Rap-Serien oder in diesen Serien, auch wie Atlanta oder so, wo sie ja genau das auch spielen. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr nah dran an dem Schauspieler. Wenn man ihn so ein bisschen privat mal verfolgt, sei es bei Social Media oder Interviews anguckt, finde ich, gibt es ganz, ganz viele Parallelen zu seinem Spiel. Aber es ist einer der Schauspieler, die ich großartig finde, weil er auch so verrückt ist. Er ist wahnsinnig verrückt, er hat wahnsinnig kreative Einfälle und es macht riesig Spaß, den zu synchronisieren. Auch da, manchmal muss man ja ganz ehrlich sein, es gibt bestimmte Sachen, da würde ich sagen, da kenne ich mich gut aus. Aber in dieser Branche tatsächlich oder in diesem Medier war ich nun völlig falsch. Und damals auch Tobi Müller hat gesagt, du kriegst das alles super hin. Der hat mir wirklich super Tipps gegeben, der hat mir erst mal das Ganze erklärt, was man nicht sagen darf, wo wer zugehört. Also diese ganze Gossip-Sprache da im Grunde genommen oder dieser ganze Slang. Und das war schon wahnsinnig witzig, ehrlich gesagt, weil ich wirklich da immer davor stand, wie so ein Ochs vorm Berg und dachte, was soll das bedeuten, in welche Richtung geht das, was sind diese Laute, was wollen sie damit ausdrücken. Aber auch ein super Film einfach. Hast du Lieblingsfilme mit ihm? Also ich finde Atlanta, die Serie, ist großartig. Die finde ich wirklich eigentlich outstanding. Das wäre, glaube ich, das liebste Projekt, was ich mit ihm gemacht habe. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Laverne Cox? Also Laverne Cox bin ich damals geworden, weil sich in Berlin rumgesprochen hat, ach, der Arne, der ist, glaube ich, relativ vielseitig. Vielseitig und es ist ein Transgender, war früher ein Mann, hat sich dann umoperieren lassen und ist wirklich eine Ikone in der LGBT-Community. Das ist eine große Ehre. Habe ich jetzt gerade erst wieder im neuen Kinofilm gesprochen tatsächlich, wo sie auch mal wieder aufgetaucht ist. Und ich freue mich, dass das in Deutschland so durchgezogen wird. Also, dass tatsächlich immer wieder ein Mann besetzt wird für eine jetzt weibliche Rolle. Spricht auch relativ ähnlich von meiner Stimmlage. Natürlich, ich spreche da ein bisschen höher und natürlich ist es ein bisschen bunter. Das muss man schon sagen, weil sie drückt auch ordentlich im Spiel drauf. Das wollen die Leute auch von ihr sehen. Und damals bei Orange hat es angefangen. Ich glaube, ich habe jetzt zehn Projekte schon mit ihr gemacht und immer wieder taucht sie auf. Und ich freue mich einfach, dass das so Bestand hat. Laverne Cox wurde mit dem Daytime Emmy Award geehrt. Was zeichnet sie aus? Ich glaube, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu dem, was sie ist. Also, dass sie von vornherein, das zum Beispiel auch bei Orange is the New Black, hat sie ihre Geschichte im Grunde genommen in der Serie dargestellt. Also, das fand ich schon faszinierend. Das waren immense Parallelen. Ich glaube, dass in Amerika sowas auch tatsächlich honoriert wird. Also, so viel Ehrlichkeit wird dann auch gerne mal mit einem Award tatsächlich ausgezeichnet. Das kennen wir ja alle. Jemand macht sich ganz hässlich oder traut sich was, wo man in Deutschland sagen würde, ja, ist halt eine gute Maske gewesen. Aber das ist dann in Amerika natürlich schon was Besonderes. Ich glaube auch, weil sie sich so für die Community einsetzt. Ich glaube, dass das alles mit in die Bewertung eingegangen ist. Aber weil sie auch einfach vor der Kamera, sie scheut sich nicht, sie haut immer drauf, immer auf die Zwölf und ist in ihren Rollen dann einfach auch wahnsinnig unterhaltsam. Du hast sie auch als Sophia in Orange is the New Black synchronisiert. Erzähl mal von den Synchronaufnahmen. Das waren teilweise sehr, sehr emotionale Aufnahmen. Also, weil da werden ja auch die Figuren wirklich porträtiert und die ganzen Familiengeschichten dargestellt. Und da ging es eben auch darum, dass früher Mann sie dann die Geschlechtsumwandlung hatte. Das wurde alles in der Serie thematisiert. Und das war wirklich emotional. Das war eine ganz schöne Reise, also die ich mit ihm, ihr tatsächlich dann auch gemacht habe. Das hat mich ganz schön gefordert und ich fand es auch sehr, sehr berührend, weil man gemerkt hat, das ist keine gespielte Geschichte von einer Schauspielerin, sondern das ist ihre Lebensgeschichte. Und ja, es war emotional und berührend. Und ich freue mich, dass ich, ja, da glaube ich auch, was eine Stärke von mir als Schauspieler ist, so diese Emotionalität in die Rolle mit reinlegen konnte. Absolut. Ich mache oft im Studio das Licht aus. Wenn es ganz emotional wird, mache ich das Licht aus, weil ich komme mir beobachtet vor. Ich möchte nicht von Regie oder von Cutter gesehen werden, weil gerade dieses Emotionale, man lässt sich da reinfallen und dann bin ich gerne unbeobachtet und leide da schon sehr mit, ja. Wenn du mal so vergleichst, Serienproduktion und Kinofilmproduktion, wo sind die Unterschiede? Was hat sich da verändert? Serienproduktion wird sicher immer stressiger, weil wir immer schneller abliefern müssen. Abliefern klingt natürlich negativ, kann aber auch was Positives sein natürlich. Die Fristen werden kürzer. Beim Kinofilm hat man wirklich einfach viel mehr Zeit. Man kann sich das ganz genau angucken. Man schaut wirklich, dass man auch die kleinsten Laute, die kleinsten Gefühlsregungen, die sich vielleicht nicht in Sprache äußern, dass man die ganz genau hinbekommt. Das finde ich schön, dass man Zeit hat. Man hat keinen Druck. Ich empfinde es aber auch so bei Serien und es wird auch wieder mehr tatsächlich bei hochwertigen Serien, wo sich Zeit genommen wird, weil man einfach ein ganz perfektes Produkt abliefern will. Und ich freue mich dann riesig, wenn es da Regisseure gibt, die wirklich sagen, wir arbeiten und arbeiten und arbeiten, um das Beste rauszuholen. Und wenn wir den Take 20 mal machen, ist es egal. Aber wenn er dann perfekt ist, dann ist es tatsächlich so geworden. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich solche und solche Serienproduktionen. Es gibt natürlich heute auch viel, was einfach schnell produziert und weggesprochen werden muss. Ich finde das bei Anime super, dass es natürlich völlig fantasievolle Geschichten sind. Also das sind ja keine Abenteuer mehr, die man im normalen Leben oder in normalen Serien, die man synchronisiert oder in normalen Filmen tatsächlich erlebt. Das finde ich bei Anime wahnsinnig witzig natürlich. Diese ganzen Konstellationen, was mir manchmal schwerfällt, genau zu verstehen, warum hat der die Kräfte, warum kann der das, warum ist der mit der und nicht mit du und so. Das fällt mir manchmal schwierig, ehrlich gesagt. Aber ich muss zugeben, mir macht Anime wahnsinnig viel Spaß. Ich verrate aber auch ein Geheimnis, ich bin der schlechteste Mensch, was Namen angeht. Das ist in jeder Serie und in jedem Film so. Ich muss immer fragen und wenn ich Regisseure neu kennenlerne, sage ich immer am Anfang, niemals böse sein. Ich werde mindestens nach dem dritten Take wieder fragen, wie wird der ausgesprochen, wie heißt die Rolle. Das ist bei Anime, ich glaube, da machen sich viele schon drüber lustig, weil sie immer sagen, jetzt kommt Arne, da kann sich eh keinen Namen merken. Auch meine eigenen Rollennamen ist es oftmals wie, ich sage, sprich nochmal vor, nur zur Sicherheit. Und das ist gerade bei Anime immer wieder die größte Herausforderung tatsächlich. Ich glaube, da gibt es ganz viele Outtakes, wo man sagen würde, alle Rollen miteinander vermischt in einem Namen. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Ich fange immer sehr, sehr gerne früh an. Ich bin jemand, der gerne gleich morgens, gerne ab neun, wenn wir anfangen hier typisch in Berlin, dann loslegen. Und ich bin auch jemand, der gerne ohne Pausen durcharbeitet. Wenn ich jetzt in einer Rolle bin, wenn wir gerade dann eine Serie machen oder einen Film, ich freue mich immer, wenn wir wenig Pausen machen, damit man nicht aus der Konzentration rauskommt. Und klassisch immer, ich komme als erstes und ziehe die Schuhe aus. Ich kann nicht mit Schuhen synchronisieren. Ich kann auch nicht sitzen. Das ist irgendwie, ja, jetzt habe ich auch, genau, ich habe schon wieder halb die Schuhe aus. Das ist irgendwie der Klassiker. Deswegen trage ich meistens bunte Socken, damit es nicht so traurig aussieht. Aber ja, klassisch in Berlin natürlich, es ist so ein bisschen never ending manchmal. Dann geht manches in die Nachtschicht, manches geht ans Wochenende irgendwie dann rein mit den Terminen. Aber es ist schon ordentlich zugepackt hier in Berlin. In der DC-Serie Gotham synchronisierst du Andrew Stuart Jones als Crispus Elm. Was gefällt dir an der Rolle? Es ist interessant, weil auch den habe ich vorher in zwei anderen Serien gesprochen. Und ich fand ihn in der Serie überraschend, weil er mich tatsächlich da vom Spiel her immer wieder überrascht hat. Ich habe ihn ganz anders in Erinnerung gehabt. Und war tatsächlich in der Serie nicht so ganz glücklich mit dem, weil ich hatte das Gefühl, da finde ich keinen Zugang. Das gibt es auch manchmal, dass man denkt, ich dachte, ich kenne dich als Schauspieler oder habe ein gutes Gefühl, so wie du sonst spielst. Und manchmal gibt es Serien, da kommt man nicht so ganz drauf. Und das ist mir tatsächlich vergossen und passiert. Wie war es für dich in GZSZ die Doppelrolle des Marc und des Viktor Hansen zu spielen? Klassiker natürlich. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Also das ist gerade, wenn man natürlich die Chance hat, irgendwie einen Zwilling zu spielen und beide Rollen darstellen zu können, war das eine große Herausforderung. Das war ein tolles Team, das waren tolle zweieinhalb Jahre. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Klassiker, dass man irgendwie immer noch mit Projekten in Verbundenheit oder in Verbindung gebracht wird, die natürlich auch Jahre her sind. Stehst du lieber hinter Mikrofon, vor der Kamera oder auf der Bühne? Ich habe das große Glück, dass ich in allen Bereichen arbeiten darf. Also ich finde, man darf da wirklich darf sagen in der heutigen Zeit. Ich freue mich riesig, dass ich im Synchron so viele tolle Projekte sprechen darf, dass so viele Leute da sind, die sagen, Arne wollen wir fördern, in Arne sehen wir was. Und das war all die ganzen Jahre so. Das fand ich wirklich toll im Synchron, was mich dann zu dieser Position gebracht hat, in der ich heute glücklicherweise bin. Ich stehe aber auch immer noch gerne auf der Bühne, weil es einfach körperlich natürlich eine ganz andere Herausforderung ist. Man hat auch das Live-Publikum, das fand ich auch beim Drehen damals immer so ein bisschen enttäuschend. Man verspricht sich und sagt, ach komm, cut, wir machen es gleich nochmal. Auf der Bühne versprichst du dich und denkst dir nur so, und wie rette ich mich? Das ist ja das Schöne, das ist ja auch irgendwie die Spontanität, die da immer von einem gefordert wird. Und das bringt ja auch das Adrenalin irgendwie in deinem Körper dann in Wallung. Also ich liebe alle drei Sachen, aber Synchron, gerade weil man da bei so tollen Projekten dabei sein darf, ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes für mich. Und liebe ich einfach. In House of Cards hast du Nathan Darrow als Francis Underwoods stoischen Bodyguard gesprochen. Warst du selbst Fan der Serie? Großer Fan, absolut großer Fan. Am Anfang wusste ich auch nicht so ganz, was das wird. Da wussten wir alle noch nicht. Es ging los, man wusste in Deutschland nicht so ganz, wo geht die Reise hin, was wird das für eine Serie werden. Natürlich, das ist eine der, der ganz großen Serien geworden. Ich kenne kaum jemanden, auch in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der diese Serie nicht gesehen hat. Und ich finde es interessant, dass ganz viele sie auf Deutsch gesehen haben. Natürlich, man guckt ja auch immer mal original. Ich gucke auch gerne original, um dann doch mal so den Vergleich von den Stimmen zu haben. Und bei House of Cards habe ich von fast allen gehört, sie haben sie fast alle synchronisiert gesehen. Weil es natürlich auch mit dem politischen System und mit diesen ganzen Fachbegriffen und so. Ich finde auch, man kam da relativ schnell raus. Deswegen ist das damals großartig gewesen. Aber leider, leider, leider hat es ihn nun viel zu früh getroffen. Und dann, ja, war er eben nicht mehr in der Serie dabei. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Ich glaube, dass wir alle fair miteinander weiterhin umgehen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass vor allen Dingen aber auch die Arbeit von den deutschen Synchronsprechern, dass die weiterhin im Fokus steht. Weil wir sind auch für den Erfolg von Filmen und von Serien mitverantwortlich. Und das ganz maßgebend. Also, weil in Deutschland gucken ganz viele Leute Deutsch. Deutsches Synchron, finde ich, ist eines der qualitativ hochwertigsten. Und ich wünsche mir, dass weniger geschimpft wird und tatsächlich mal mehr darauf geachtet wird, was da wirklich für Arbeit dahinter steckt. Das fände ich tatsächlich schön, weil das gehört zum Gesamtprodukt. Und dass die Synchronsprecher genauso auch so ein Gesicht bekommen wie andere Leute tatsächlich auch. Damit man weiß, wer steht wohinter. Weil ich glaube, das macht dann das Gesamtprodukt einfach auch noch wertvoller. Ist Musikalität für die Synchronarbeit wichtig? Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Also, das ist ja auch, wenn ich ein Lied einstudiere, dann höre ich natürlich, wie war es vor. Ich höre aber natürlich auch die Klavierbegleitung und ich habe irgendwie auch ein Gefühl für den Takt und für den Rhythmus. Und Synchron ist Rhythmus. Also, ich höre, wie er spricht und ich merke, wann macht er eine Pause und warum spricht er danach ganz schnell weiter. Und es prägt sich einfach absolut ein. Das hat mir sehr, sehr geholfen von Anfang an und auch bis heute, dass man merkt, das ist ja so ein Fluss. Also, die deutsche Sprache ist ja eine wunderschöne Sprache. Und man merkt das ja auch. Jeder Satz hat ja eine spezielle Melodie und hat einen speziellen Rhythmus natürlich auch. Und ich finde, da ist die absolute Parallelität da. Also, das merkt man und das hilft beim Synchron immens. Weil ich höre manchmal gar nicht so genau tatsächlich, was spricht er, gerade wenn sie im Slang sprechen. Oder wir synchronisieren ja auch nicht nur Englisch, sondern auch Sprachen, die wir vielleicht nicht sprechen. Und trotzdem hörst du einen Rhythmus und du hörst manchmal eine Melodie. Und kannst wenigstens sehen, warum geht er auf das Wort oder warum betont er das? Oder warum macht er da eine Kunstpause? Was will er damit ausdrücken? Und das hilft immens. Das hat mir immer sehr, sehr geholfen und auch bis heute. Welches deiner bisherigen Synchronprojekte war dein absolutes Highlight? Also, es gibt sicher ganz viele tolle Sachen. Das muss man wirklich immer sagen. Und in der Masse machen wir natürlich auch viel. Aber eines meiner Filme, die mir bis heute wirklich auch am Herzen liegen, war damals Stonewall von Roland Emmerich. Da habe ich eine der Hauptrollen gesprochen und auch einen ganz quirligen, schwulen Charakter, der so herzensgut war, der so toll gespielt hat. Ein ganz junges, tolles Talent aus Amerika. Und ich habe mich damals riesig gefreut, als ich bei der Premiere hier in Berlin Roland Emmerich getroffen habe, der auf mich zukam und sagte, Sie sind Arne Stefan, sag mal du und dann sag, was du von mir willst. Und sagte, du hast den gesprochen und ich bin total dankbar, dass du denen die Stimme gegeben hast. Das war ganz bemerkenswert und das war ganz toll. Da fühlte er mich richtig geehrt und das war wirklich ganz toll, damals natürlich so eins zu eins das Feedback zu bekommen. Das vergesse ich auch nicht. Gute Anekdote tatsächlich. Er hat auf der Premiere, hat er den Schauspieler angerufen, FaceTime und hat gesagt, das ist deine deutsche Stimme, das ist der Schauspieler, der hat einen guten Job gemacht, sagt Danke. Und er hat Danke gesagt. Das war wirklich toll. Hast du einen der von dir synchronisierten Schauspieler mal getroffen? Michael Dorman habe ich mal getroffen, den synchronisiere ich in der Serie Patriot. Eine völlig durchgeknallte Serie, großartig. Man kommt da kaum hinterher, ehrlich gesagt, man muss es von vorne gucken. Aber ich kenne viele, die es gucken, weil es einfach so durchgeknallt ist. Auf der Berlinale wurde die Serie hier vorgestellt und wir haben uns da getroffen. Ein sehr, sehr sympathischer australischer Schauspieler. Wir haben bis heute auch Kontakt tatsächlich und da habe ich mich sehr gefreut, natürlich einmal dann diesen Menschen zu sehen, den du sonst immer auf der Bildfläche immer nur siehst und einfach einmal kurz mit ihm zu schnacken. Und ich merke schon, es gibt immer wieder auch Leute, die wirklich interessiert daran sind. Also auch wenn man manchmal bei Instagram oder sonst wie manchmal die Leute irgendwie markiert, wenn man vielleicht dann mal einen Ausschnitt von etwas markiert, wo man gesprochen hat und die Leute reagieren darauf und schreiben. Das habe ich häufiger, wenn man mal was postet oder ein Bild aus dem Studio schickt oder sonst wie oder bin bei dem Film dabei und das ist deine Stimme, dass Leute tatsächlich darüber zurückschreiben. Da sind natürlich diese Medien wirklich wahnsinnig viel wert, weil man schnell mit Leuten in Kontakt treten kann, ohne dass man es vielleicht sogar ahnt oder will. Dramatischeirmi2017-1500. Der Kiste